ja Leute ich bin's wieder Markus von LappenGMV ich bin heute der Wombtolver 2 letzte Folge haben wir hier an Tia eingenommen und haben die Martia eigentlich so gut wie vernichtet und ja unsere nächsten Tia sind erstmal zu sehen hier zu besiegen so schnell wie es möglich ist bekämpfen und auch einzunehmen die Städte und wenn wir das eben wollte ich schon sagen dass wir eben sind ja die germanische Konfrontation vielleicht haben werden wir nach Norden gehen nach Britannien um dort schon mal ein weiteres Ziel unserer Militärischen Sieg zu vollständigen weil wir brauchen Britannien und Armenien Armenien ist da hinten drei Städte Tuschwan Amarazir und Asamosota Geht schon So Auf jeden Fall Werden wir jetzt erstmal Flevum einnehmen Und da hat einer Wartorität Äh ja Oh wir haben null Essen wie TF Null Essen Alter Irgendwo hier noch äh Essensdinger Dinger Ja da wird schon gemacht Na Runde Sehr gut Mal schnell hier weger stellen So Kann die raus holen Die Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für Gold Doch sie wissen dass ihre lebenden Nachkommen anders denken Ja das kann man annehmen Ihr sprecht weise wie ein Mann vieler Winter Und ich fühle mich So Stammung gestartet So eine Minute machen wir schon Ungefähr Genau Auch mir gerne Ziele Ich will auch noch Siracus vernichten Das wäre halt optimal Oh ein edler Tod Hab ich schon gesehen mal Schleißbericht TF Alter Geht gerade ab Ähm Ja komm Geht gerade ab Mal wieder hier Essensknappheit Nausknappheit Ist wieder mal Richtig geil Nicht Uh leck Okay Mal hier nur irgendwie Essensdinger Darum will ich hier mal schnell Wie ich hier schnell jetzt mal Ähm Die ähm Metallische Gefangenen eigentlich mal schaffen Das wir hier Magna und Siracus Wie ich jetzt auch mal ein bisschen nicht Ne Vielleicht Wenn sie hier Tot sind Halb Halb Da haben wir jetzt rundebänden Ja Wie ich habe eure Beziehung Ja Oh warum liegt es jetzt so Die ganze Zeit Film einbruch Die ganze Zeit Film einbruch Die ganze Zeit Die ganze Zeit Film einbruch Die ganze Zeit Wo bin ich nicht kämpfen Ganz klar geworden Ja Wo bin ich denn Wo bin ich denn Wo bin ich denn 3 so magna germania wieder eingenommen sehr schön das hier dann machen wir gehen wir da hin die arbeit gut ist noch nicht so und erinnert Lopferdunk, wir haben auch einen Greif, wir haben auch gleich Da brauchen wir auch nicht kämpfen, also das ist, wir haben auch Gold, sagen wir mal so, das ist, ja 100%iger Sieg Zack Ja, wir haben noch gute Truppen Hm, was machen die ja eigentlich 5.000 Dinger, ja, das Hälfte kann man zerstören An der Stadt eher, ja, oh Mann Ich werde mich darum kümmern Durch meine Hand ist es geschehen Zu euren Diensten Eeeh Weil die haben ja noch Das hier, das hier, das hier Oh, die haben Base eingenommen Von, äh, Baston, Baston Jetzt könnten die Baston auch mal irgendwas angreifen Mann Könnt ihr ob irgendwas, Mann Ist doch irgendwas können, ey Noch her Komm Wie sieht's in Afrika aus 16 plus, oh Okay, nice Könnt ich eigentlich eine Doppel weg tun Nice, könnte ich Ähm, ich weiß nicht ob ich das mache Ähm Wer ist das, Gaiusius Caesar? Gaiusius Caesar? Bissern Ne, Gaiusius Caesar Gaiusius Caesar Genau, der, da, der war's Ähm In Bewegung Äh, ja Ähm Ich könnte ja Gaiusius Caesar nach Norden schicken Ich glaube Die werden hier nicht so viel Gegenleistung haben, glaube ich Ich glaube, die haben jetzt nicht so starke, ähm Das ist eine Ehre, um zu dienen Was hab ich nicht geachtet für Wer das ist jetzt, General, aber egal Egal, egal Ähm, mal dort, dort Falle Ähm Eure Befehle zu euren Diensten Ihr Hunger nach einer Schlacht Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst Hingabe wäre nicht schlecht, ne? Wie? Ich brauche eh noch, ähm Paar Einheiten Fünf oder so Fünf Seereinheiten, dass wir die militärische Dinge gewinnen Also noch die Stadt da hinten Da unten oben Ach, steht wild, ey Wir können ja eigentlich Frieden Warum wohl die ich... Ich verbringe meine Zeit lieber mit Ja, das stirbt halt, ey Meine Fress, ich will eher, dass die, sie mit mir Frieden, weil Naja Ist einfach leichter Leichter Warum hab ich hier zweimal Ach, Gott Ich lass einfach mal, ich lass drauf Ähm Komm mal da Also, ähm Ich schau jetzt mal, was die machen und dann werde ich die, vielleicht die Truppen Nach Dingen Die Flebum werden wieder nach, äh, Tullifodum gehen Die Zehner, ich hatte ja mal voll die... Sehren, Alter, ey Aber das ist, äh... Wayne Weil ich will ja auch noch, muss ich hier auch noch alles einnehmen Weil ich gehe Naja, hat ja überhaupt, ähm Verbündet, äh, ne Na mit hier Dana, Mayen Quidri und Adhan Wie Quidri gibt's immer, ey, was da los, ey Na ja Ist flotte, oder wat Oh man Na mit hier gibt's immer noch, stimmt, genau Was geht mit hinab Ja, die greift wahrscheinlich... Uh, und hier, ähm 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 So was Und dann Ähm Kommt letztes Mach-Senateria 4 Dann haben wir eine Armee, die wird dann wahrscheinlich nach, äh Sama-Sota, Sata gehen Und sie wird wahrscheinlich nach Tuschba gehen, oder so Und die wird wahrscheinlich nach Amamiya gehen Dann haben wir, ähm Armenien Oder ich werde die zwei Städte hier einnehmen Und dann werde ich nach, äh, die Armenien weiterziehen Hoffentlich... So Wie ich's mir vorstelle ist Hoffentlich gut, aber, ne Das weiß ich nicht Okay, 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 okay Also, wenn ich jetzt die... Städte annehmen Dann... Dann... Dann war's das Dann war's das... Nach Westen dann zu ziehen Lässt Dann... Zwei Städte So, äh... Äh... Gibt's hier noch irgendwas? Nein So Mein Volk will eure Waren nicht mehr Die haben unser Plan gehört Die haben unser... Die haben unser... Die haben unser Plan gehört Das ist... Großarmee, dann haben sie noch eine halbe Armee, dann haben sie noch Tartruppen Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkameren leer sind Ein Zeichen vielleicht in Form Sie wissen langsam Bescheid hier, was? Die, ich glaube, die wissen schon, unser Plan Die hören und so Im Spiel Was für Plan wir machen Alter Es breiten sich auf den Krieg vor, wahrscheinlich, Alter Spacken Immer noch Schauwür Äh... Puh... Minus 10 Öffentlichkeit, Alter Jo, geil Das ist jetzt nicht so große Morłości Auch Glocken Abartee Abartee Ja Habarte So, ich bin gestört. Ah, okay, gut. Bats. Bats. Und Bats. Ja, also nie. Die räubern ihre eigene... Ich erwarte eure Befehle. Vertort an ihre! Jawohl. So. Bereit zum Kassen. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte weitere Befehle. Ich bleib erstmal da. W egal. Dem hier. So. So. Und so verliebt keiner noch, oder? Ich will hier ausschließlich hoch. Kann ich euch behilflich sein? Oh. Okay. Die vielen Essen... ...Inkazoges. Ist natürlich ein... ...Riesenvorteil. Für mich. Ihr Hunger nach meiner Schlacht. Bereit zum Kassen. Ich erwarte eure Befehle. Ist so. ...Wir Hunger nach einer Schlacht. Zum Sieg! Ich erwarte eure Befehle. Ich will stündliche Wachgänge. Ich bin der Held. Ruf! Ich werde mich in die Kassen. Warum macht er das nicht? Der Sch... ...Wachgänge. Wie kann ich euch dienen? Ah. Da haben wir eine. Hey. So. Schnell noch da hin. Nasiakus. Gucken. Was da da abläuft. Alter. Keine Truppen mehr. WTF. Jawohl. Was sag ich mit... Achso. Ah. Der ist da. Okay. Ähm. Ich erwarte eure Befehle. Dann werden wir nächste Runde des Jakobs vernichten, weil... ...die... ...die... ...die Völliger Bullshit, was die da machen. Ist zwei nach mir. Ist ein bisschen scheiße. Ähm. Ja. Was macht ihr denn die Zehner hier? Weil, Alter, die sind ja... In... Also... ...da sind sie richtig stark. Achso. Naja. Ihr wisst schon. Im Meer, was wie's aussieht. Wahrscheinlich sind das alles nur... ...Bodentruppen, ey. Das kann ich nicht haben. Jetzt klingelt's. Ja, noch. Ähm. Scheiße. Ähm. 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 jetzt hier arbeitet auch so hart vielleicht heute ja ich habe keine Ahnung wieso das jetzt so voll laut arbeitet Spanien wollte ich auch mal ne dann langsam müssen wir auch beenden die militärische Kampagne da weil naja öffentliche Ordnung, Nahrung, alle sterben ja so gesagt ich weiss das längst noch mal aus wie es da ist alter eben meine frisse ich würde wahrscheinlich nie Frieden sein alter ich erwarte weitere Befehle die kann man wegschmeißen ey mit der Akkus im Namen unserer Freundschaft die auch eine Freundschaft bleiben sollten eine mutige entscheidung unverlässlich ja teinisch teinisch ich werde zuhören wie lang kann ich nicht sagen denn Staatsgeschäft wir hungern nach einem nehmen wir nun das wir lagern weiter schaut euch jetzt an was das dann würde ich alle krisischen Staaten down ok adi eigentlich ja bereit zum Kampf zu für 40 alter es kann und ich schicke der buchschied wohl schild die städt Lecker Bullshit Zu euren Diensten Unheil und Chaos So Ist irgendwo hier lang gelaufen So Na was sieht es da aus Die 16 plus finde ich gut Die könnte verbessert werden Finde ich auch gut Silber So Da rein Da Hallo Könnt ihr jetzt bitte Einheiten bitte An Bord gehen Eure Befehle Ihr könnt doch nicht segeln Warum könnt ihr jetzt nicht da Gott Leute Ja Eins, zwei, drei, vier Okay Quiddry Endlich Welt der Wunder Syracos Etna Kann ich euch behilflich sein Kann ich euch behilflich sein? Kann ich euch behilflich sein? Ja 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 Ich Ist ja schon tot eigentlich Das ist doch einiger Tod. Alter, 32! What? Roma! Bullshit! Ich erwarte eure Befehle. Okay. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Es ist eine Befehle. Es ist eine Befehle. Es war eine Befehle. Es war eine Befehle. Es steckt Tugend in... Na mal, da kommt es. Na mal, da kommt es. Das ist gut. Das ist schon. Ja, das ist schon. Das ist eine Befehle. Was ist das? Fuck. Ja. Phanonien. Ah Leute. Was? Wirklich jetzt? Okay. Jo, nö, dann nö, lass uns mal dahin gehen, ne? Ich glaube jetzt, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Down. So, da können wir wieder zurück. Ist gut. Oh, der hat viele Männer verloren. So. Ähm. Was war denn da? Oh, der hat es. Aber ich hatte es schon, oder? Oh, stimmt. Ich hatte es schon wahrscheinlich. Na, was immer gut. Ist auch gut. Auch gut. Pia Karnison. Nö, keine Ahnung. Was brauch ich denn? Borusteldaten, okay. Ach Gott. Plastikotorelle Konvertierung, okay. So, dat, dat? Ne. Das ist wahrscheinlich Borusteldat. Ja, da ist Borusteldat, genau. So. Hm, 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 hm. Okay. Kasern, ja? Nice. Nice Name, auf jeden Fall, ja. das ist nicht so sein zu euren es wird passiert bis euch die Füßeblut zum Beispiel bis die Füßblüte... nur noch ähm... eine... Streitmacht... ne, die dann geht man da hin ja jo... ne, denn langsam ist heute schnell 1-730, also whatfuck ey FG ab so... Sie sterben daran... Doppeldein! Nein, nicht für um! Sie ist für um! Zack Mh... Sofort! Bereit zum Kampf! Lass niemanden am Leben! Zack, Serkos ist da... Ich erwarte weitere Befehle Kommandant! Das ist unmöglich! Unser Fortschritt wurde aufgehalten! Es tut mir leid, das kann ich nicht! So... So... Ja... Ja... Die öffentliche Ordnung ist gut! Immer plus die öffentliche Ordnung, immer öffentliche Ordnung! Immer! Mh... Das hier... Gut, dann würde ich sagen, wir bänden die... Folge für heute und... Machen Sie sich mal weiter! Zauberung Germaniens! Und... Ich sage dann... Wir sehen uns jetzt in einer weiteren Folge von... BombToliver 2! Battlefield! Minecraft! PlanetSide! Oder auch irgendwas anderes! Und ich sage dann... Bis denn nun! Ciao! Das hier... Ich sage dann... Das hier... Das hier... Ich sage dann... Ich sage dann... Wir sehen uns... ... und unsere... ... und wir können hier ein... Ich sage dann ein bisschen mehr... Ich sage dann... Und wir können euch... Und wir gehen mal an... Und wir müssen uns...